Servus Leute, bei dem Video möchte ich von vornherein eine Warnung aussprechen. Das ist das kontroverseste Video, das ich jemals auf meinem Kanal gebracht habe. Ich habe ganz starke Missstände im Spiel und in der Community angesprochen. Beim Spiel ist es wahrscheinlich eher weniger kontrovers. Ich habe aber teilweise Sachen zu Gilden und einzelnen Personen gesagt, die eventuell negativ aufgefasst werden könnten. Im Vornherein möchte ich sagen, dass ich keine Gilde diskriminieren will oder irgendwas. Ich habe lediglich angesprochen, was der Missstand ist und was dagegen gemacht werden kann. Ich möchte die Gilde damit nicht irgendwie runterreden oder so. Ich denke, ich habe da aber auch genug Lob ausgesprochen. Jeder weiß, vorm welche Gilde es wahrscheinlich gehen wird. Ihr werdet es sehen. Genießt das Video. Ich denke, ich habe das alles so verpackt, dass keiner, der bei Verstand ist, sich da auf den Schlips getreten fühlen kann. Ich habe mir Mühe gegeben, so gut wie möglich ein Problem anzusprechen, ohne dabei jemanden wirklich schlecht oder eine Gilde wirklich schlecht reden zu wollen. Zudem muss gesagt werden, dass ich bei einem bestimmten Aspekt relativ genau auf eine Person eingegangen bin. Ich mache sowas grundsätzlich nicht, weil ich der Meinung bin, bloßstellen ist gemein. In dem Fall ging es um einen sehr, sehr, sehr jungen Zuschauer von mir, der zufällig in meiner Gilde ist, aber das hat damit gar nichts zu tun, wo ich dann mitbekommen habe, dass da eben was Dubbes mit dem Account passiert ist. Das kommt später im Video. Da bitte ich euch, darauf einzugehen und mir nachzusehen, dass ich da eben eine Person besonders bloßgestellt habe. Ich finde, wenn es um sowas geht, ist das mehr als berechtigt. In dem Sinne würde ich sagen, alle Warnungen sind ausgesprochen. Es wird sehr kontrovers, es wird sehr eiskalt. Und ich wünsche euch super viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, dass ich den einen oder anderen vielleicht auch zum Lachen bringen kann, weil ich mich doch relativ aufgeregt habe. Die Thematik ist sehr schwierig, wie ihr am Titel erkennen könnt. Viel Spaß mit dem Video. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute gibt es mal eine Art Beschwerden-Video. Jeder weiß, dass in CC nicht alles richtig läuft. Viele haben Kritik an IGG. Und ich möchte heute mal meinen Senf dazu geben, was ich finde, was falsch läuft im Spiel, mechanical-mäßig, von den Angeboten her, aber auch auf dem Server. Gildenmäßig, die Modi, alles Mögliche wird heute in diesem Video behandelt. Alles, was mich an CC nervt. Es wird heute einige Leute geben, die ich vor den Kopf stoßen werde. Nehmt es nicht persönlich. Für mich ist CC immer in-game auf Rivalenebene. Und man kann nicht Sachen persönlich nehmen. Das ist grausam. Sobald man außerhalb von CC beleidigt, ist man Vollaffe. Alles, was provokativ innerhalb CC stattfindet, ist geil und fördert einfach irgendwie die Rivalität. Ist gut so. So, fangen wir mit einer der offensichtlichsten Sachen an. Die Modi? Meine Fresse, wirklich. Wir gucken uns ein Beispiel an. Und zwar das Verschollene Reich. Das ist ein Paradebeispiel für die Sachen, die in CC falsch laufen. Wir sind im Verschollenen Reich. Ich sammle hier irgendwas ein. 7.700 blaue Kristalle von einer Mine? Wollt ihr mich verarschen? Ich brauche 190 Millionen blaue Kristalle. Jeder fucking Free-to-Play-Spieler braucht blaue Kristalle. Und ihr gebt mir, hier, was kann hier rein? Speicher 25.000. Knapp 26.000. Also da frage ich mich wirklich, bei wem was durchgebrannt ist. Das ist geisteskrank. So ein wilder Bullshit. Der ganze Modus ist ätzend. Der Modus ist langweilig. Der Modus macht keinen Spaß. Keine Sau will den scheiß Modus spielen. Und dann kommt ihr mir an mit, Ja, man kriegt hier Kodexe ab Level 21 oder so. Bullshit. Ich hab, ich kenn Leute, die auf 21 sind. Die erzählen mir, dass man da irgendwie 50 Karten reinballert und dann kriegt man mal 10 Kodexe zusammen. Es ist lächerlich. Dieser Modus ist lächerlich, wenn ihr ihn entfernen würdet, liebes RGG-Team. Wäre das Spiel genauso wie davor. Es wird keinen Unterschied machen. Keiner wird's vermissen. Bitte. Wir brauchen Belohnungen. Und irgendwas, wofür sich so ein Ranz zu spielen lohnt. Erstens, wir brauchen gute Modi, die Spaß machen. Den Modus wird wahrscheinlich mit mittelguten Belohnungen immer noch keiner spielen. Wir brauchen aber auch Belohnungen, wo man dann quasi auch mal einen Modus spielt, den man vielleicht nicht über alles liebt. Einfach, weil man's machen muss, weil man Free-to-Play ist und's braucht. Gebt den Leuten Motivation zu spielen. Es kann nicht so schwer sein. Das ist scheiße. Und das ist ja nur ein kleiner Teil. Verlorenes Land. Hölle. War super toll. Ich mein, klar, waren Kack-Belohnungen. Aber die Arena-Karten waren geil. Was kriegt man denn jetzt? Keine Arena-Karten mehr? Jeder hat diesen Modus gespielt, weil man Arena-Karten braucht. Was nehmen sie raus aus den Belohnungen? Ah, Arena-Karten. Wir wollen den Modus lieber unspielbar machen und keiner soll den jemals wieder angucken. Das hilft unserem Spiel weiter. Nein, dumm. Der Modus braucht Arena-Karten. Der braucht auch andere gute Belohnungen. Aber das hat sich wenigstens gelohnt. Ich hab den Scheiß-Set nicht mehr angefasst. Totaler Trash. Helden-Probe. Schwierig, gewöhnlich, 80 Helden-Bullshit. Was kriegen wir für Belohnungen? Paar Gems. Schön und gut. 7.000 Ruhmpunkte. Da werd ich sauer, wenn ich sieh. Das pack ich nicht. Ihr könnt doch keine 7.000 Ruhmpunkte in 2021 raushauen, wenn man scheißgoldene Bücher für 30, 40 Millionen Ruhmpunkte verkaufen muss regelmäßig. Das ist so absurd, dass es unfassbar ist. Auch die Arena. Die Arena ist geil, um sich mit Leuten zu messen. Matchbelohnung pro Kampf. 600 bis 2.500 Ruhmpunkte. Was will ich denn damit? Meinen Snowzilla von Level 10 auf 20 ziehen? Es ist Bullshit. Keiner braucht die Belohnungen aus 85% dieser Scheiß-Mode im Spiel. Okay, ich bin sehr erhitzt gerade. Ihr merkt's. Es macht einfach Spaß, sich über sowas ein bisschen aufzuregen. Aber das ist einfach frech. Also Ruhmpunkte als Belohnung. Wenn ihr uns nicht 2 Millionen Ruhmpunkte pro Kampf gebt, dann lasst es Bullshit. Kompletter Bullshit. Weiter geht's. Wir haben die Expedition. 800 Prestige. Für einmal so eine Basis kaputt machen. Wer macht das? Bitte in den Kommentaren. Ich brauch Meldungen. Wer macht die Expedition jeden Tag? Ich wette, das kann man in einer Hand abzählen. Ohne Finger. Schwachsinn. Scheiß-Modus. Team-Showdown. Geiler Modus. Macht Spaß, weil man hier links im Leaderboard steht. Match-Belungen. 200 bis 500 Prestige pro Kampf. Ja. Da haben wir's wieder. Gebt uns doch lieber 3000 Ruhmpunkte. Da könnten wir noch mehr mit anfangen. Bullshit. Bullshit, Bullshit, Bullshit. Und ich denke, damit fasse ich schon das größte Problem von CC ganz gut zusammen. Das Spiel wird immer Free-to-Play freundlicher. Ihr werdet mich jetzt haten. Aber es ist so. Das Spiel ist nicht mehr super Hardcore-Pay-to-Play. Man muss sich nur als Free-to-Player nicht die Illusion machen, oben mitspielen zu wollen. Das ist natürlich Schwachsinn. Aber man kann was erreichen, Free-to-Play. Bestreitet keiner. Gilden-Events. Fackelkampf. Betreten. Oh, ich hab mal mitgemacht anscheinend. Und jetzt gucken wir uns die Belohnungen beim Fackelkampf mal an. Bin im Gildenkrieg. Beim Fackelkampf mal an. So. Belohnungen. Ruhmpunkte und Splitter. Jetzt sehen wir diese Splitter. Und jetzt gehen wir hier rein. Und gehen auf Helden anwerben, Splitter. Und gucken auf meine Splitter. Und jetzt krieg ich für einen Fackelkampf, den ich spiele, irgendwie 300 Splitter oder so. Ich bin sprachlos. Was soll man dazu noch sagen? Was will ich damit? Und die Ruhmpunkte schon wieder? Schiebt euch die Ruhmpunkte so tief es geht rein. Das ist unglaublich. Ich packe es nicht. Ruhmpunkte. Fucking Ruhmpunkte. Ich brauche keine Ruhmpunkte. Meister-Essenz. Man kriegt die Dinger in den Allerwertesten geschoben, ohne dass man sich wehren kann. Ich hab hier 40 Millionen Splitter im Lagerhaus. Und krieg für einen Fackelkampf, den ich spiele, 300 oder so. Hallo? Was soll ich dazu sagen? Das ist so verrückt, wirklich. Es ist so verrückt. Ganz krank. Geschenk des Donnergottes. Ist jetzt gesperrt. Ihr kennt alle die Belohnungen. Bullshit. Können sie auch wieder rausnehmen. Bräuchte keine Sau. Und wir halten fest. Ich bin jetzt quasi durch jeden Modus gegangen gefühlt, den es in diesem Spiel gibt. Haben wir irgendwo gute Belohnungen? Nein. Wir haben gute Belohnungen beim Riss. Und da haben sie sich mal nicht lumpen lassen. Hier. Truhe. Man kriegt Kapsteinrubine. Zehnerrunen. Alles, was man will in dieser dummen Kiste. Wie geil. Gibt es uns bei allen Modi. Warum kriegen wir es nur beim Riss? Das ist doch schon wieder... Ich packe es nicht. Warum? Okay. Also wir haben das größte Grundproblem in CC. Die Modi sind nicht attraktiv. Viele Modi sind eh scheiße. Fackelkampf. Was ist das für ein Ranz? Der macht keinen Spaß. Keine Sau spielt den. Aber es wird sich nicht mal lohnen, sich durchzukehlen. Einfach, weil die Belohnungen kacke sind. Aber sei mal so dahingestellt. Alles klar. Ihr seht Problem Nummer 1. Und mit das größte Problem. Es ist Vogelwild. Hier haben wir die Prüfung der Wächter. Was kriege ich dafür? Ich weiß es nicht. Man kriegt hier auch gar nichts. Die ist auch scheiße. Alles scheiße. Das ist kacke. Das macht doch keinen Spaß. Ein Modus zu spielen, wenn ich nichts dafür bekomme. Gebt mir... Guck mal. Wir haben hier das verschollene Schlachtfeld. Und dann bin ich hier auf Rang 15 gefinisht anscheinend. Kriege hier 940 Gems. Das ist total okay. Problem da ist natürlich dann wieder. Dass die Leute, die beim verschollenen Schlachtfeld gewinnen, die Gems nicht brauchen. Also klar, nehme ich mit. Aber wer braucht am besten 1000 Gems? So ein 100k Machtaccount free to play? Oder ich, der hier eh hunderte Euros in dieses Spiel reinbuttert. Um oben mithalten zu können. Und dann kriege ich nochmal so 1000 Gems. Da brauche ich dann was wichtiges. Gebt mir 300 Kapsteinrubine. Irgendwas. Das tut denen ja nicht mal weh. 300 Kapsteinrubine. Was will ich denn damit? Das ist nicht super viel. Aber es wäre ein super Anreiz. Es ist geil. Sinnvolle Belohnungen in Modi würden dieses Spiel so weiterbringen. So viele Welten weiter. Alles klar. Allerletzter Modus. Die Blitzherausforderungen. Ich habe dann safe noch welche vergessen. Aber wir gucken uns das mal an. Am Ende spielen dann 4 Stunden durchgehend. Ist danach durchgeschwitzt und am Arsch und kann nicht mehr. Und was kriegt man? 1400 Siegeszeichen und 400k Rumpunkte. Was habe ich vorhin über Rumpunkte gesagt? Schieb. Ganz tief rein. Was eine Frechheit. Geiler Modus. Beschissene Belohnungen. Ich packe es nicht. Rumpunkte. Rumpunkte. Warum? Okay. Erstes Problem abgehandelt. Die Modi. Wir sind jetzt schon bei 8 Minuten Videolänge oder so. Das wird lang hier. Erstes Problem. Modi sind scheiße. Zweites Problem. Man kann dieses Spiel am Tag eine halbe Stunde spielen. Ich liebe das Spiel. Ich gucke rein, wann ich kann. Ich gucke hier nach 0 rein. Und gehe hier auf die Dankeskarte. Mach die hier. Habe ich jetzt noch gar nicht, weil ich mich ums Video gekümmert habe. Füge durch meinen Wunschsprung und meine Daily Sachen. Hole mein Daily Zeug ab. Mache meine Daily Events. Habe ich alles noch nicht gemacht heute. Ihr wisst, was ich meine. So. Alles abgeholt. 3 Minuten gespielt. Dann mache ich vielleicht meine Blitzherausforderungen. Mache hier meine 900 Dinger voll. Mache hier meine Quests. So. Weitere 10 Minuten gespielt. Jetzt sind wir schon bei ganzen 13 bis 15 Minuten Spielzeit am Tag. Dann mache ich vielleicht meinen GK. Das sind 5 bis 10 Minuten. Ja. Dann mache ich, wenn ich Free2Play bin und Bock habe, meine Questboards hier noch durch. Das sind vielleicht auch nochmal 10 Minuten. Und was mache ich dann? Dann habe ich CC durchgespielt für den Tag. Und dann warte ich. Bis zum nächsten Tag. Und kann nichts mehr machen. Wir brauchen einen Modus, wo man unbegrenzt grinden kann. Welcher bei IGG saß da und hat sich gedacht. Ach. Wir bringen mal eine neue Währung rein. Und die ist nice. Die kann man verdienen. Die ist Free2Play. Ach. Wir geben denen Cap. Weil die könnten Spaß haben. Unglaublich. Warum? Wofür? Weshalb? Geh weg damit. Das ist total scheiße. Und wenn das Prestige Cap da bleiben muss, dann gibt uns einen Modus, den man grinden kann. Wo man 4 Stunden spielen kann. Und nach diesen 4 Stunden ist man weiter als davor. Das gibt es in CC nicht. Du kannst täglich deinen Scheiß machen. Das war's. Wir brauchen einen Modus, den man grinden kann. Einen Modus, wo jemand der Bock hat, sich innerhalb von 6 Stunden spielen, aber auch richtig verbessern kann. Gibt's nicht. Fleiß und Aktivität wird in diesem Spiel nicht belohnt. 0,0. Das ist total irrelevant. Man spielt vielleicht mal 1,5 Stunden am Tag, weil es gibt dann noch einen Faker. Dann macht man seine 3 Arena-Angriffe und freut sich. War's dann wieder. Gut, dass Arena-Angriffe rechargen müssen, ist ja noch vertretbar irgendwo. Aber, mein Gott, wirklich. Ich finde, dass man um die Arena-Tries nicht so ein Geschiss machen soll. Man könnte viel mehr Spaß haben, wenn man einfach mit Freunden rumprobieren kann. Und hier und da rumtesten kann, angreifen kann. 50 Mal am Tag. Aber nein. Ihr kriegt 10 Arena-Karten pro Tag und eure Tries brauchen 2 Stunden zum Aufladen. Wichtig. Weil, ihr könntet Spaß haben. So. Also, das ist grausam. Modus, wo man grinden kann. Mein Verbesserungsvorschlag. Ich weiß nicht was. Ich bin kein Spieleprogrammierer. Dafür haben die Leute bei IGG irgendwie Angestellte. Wofür die bezahlt werden. Man fragt es sich teilweise. Auf der anderen Seite muss man halt leider sagen, dass IGG das geilste Mobile-Game ist, das es gibt. Das Konzept ist unangetastet. Es ist mit Weltenabstand das beste Spiel. Nur, es ist so weit unter dem, was es sein könnte, wenn man sich da mehr Mühe geben würde in dem Sinne. Wenn man mehr in Richtung gehen würde. Wie bereite ich möglichst vielen Spielern möglichst viel Spielspaß? Und halt die möglichst an diesem Game. Das wäre so geil. Es könnte so viel mehr sein, als es ist. Eine weitere Sache, die ich und viele andere sich wünschen, ist ein Makeover für alte Helden. Wir gucken in den Altar. Wir scrollen nach rechts bei der alten Helden und genießen. Einen Biestmeister. Den genießen wir. Aber nicht lange. Weil, was macht der bitte? Also, allein die Stats, die die Helden früher hatten. Allein, wie sich die Stats verändert haben. Sind alte Helden unspielbar und das Spiel macht nichts dagegen. Gebt denen auch einfach 200.000 Leben mehr. Tut dir keinem weh. Warum wird das nicht geändert? Warum bleiben die alten Helden, wie sie sind und bleiben useless? Wenn man einfach die Stats ein bisschen verändern könnte. Und dann vielleicht die mit gutem Skill irgendwie wieder einen Sinn finden würden. Ich finde es schade. Man könnte ja wieder was draus machen. Und man vergeudet da 100 Helden, die man designt hat und wo man sich Skills ausgedacht hat. Einfach, weil die Stats heutzutage nicht mehr mitmatchen können. Weil sie einfach so drunter sind, dass gar nichts mehr geht. Kleine Visualisierung, was ich meine. Arias mit 5.500 Angriff und 36.000 Leben. Das sind Stats, die sind lächerlich. Wenn wir jetzt hier nach vorne gehen und einfach auf einen der letzten releaseten Helden drauf schauen, was weiß ich, ein Rampart oder so. Da hat hier 100.000 Leben. Da haben wir wenigstens 55.000 Leben. Die Helden sind einfach höher geworden. Das ist ja gar nicht so eine weltbewegende Unterschiede. Das sind ein paar tausend Leben. Das ist ein bisschen Angriff. Aber die bringen ja keine legendären Helden mehr raus. Jetzt kommen die epischen Helden mit 150.000 Base-Edge-Spielen. Mit 8.000 Base-Angriff. 177k. 425k. Gute Nacht. Wie schwer kann es sein, den alten legendären Helden überall noch eine Null hinten dran zu hängen bei den Leben oder so? Gut, das natürlich nicht. Das wäre wahrscheinlich dann doch ein bisschen zu OP. Aber ihr wisst, was ich meine. Hängt ein bisschen Leben dran. 100k Leben auf jeden Helden drauf. Zack, haben die wieder eine Daseinsberechtigung. Oder zumindest mehr Daseinsberechtigung. So, Stand jetzt, sind viele Helden, die sogar einen geilen Skill haben, nah an unspielbar dran, weil sie stat-mäßig nicht mithalten können. Schade. So, gucken wir weiter, überlegen wir weiter. Was könnten Probleme im Spiel sein? Warum überlege ich überhaupt? Da fallen mir 10 auf einmal ein. Was ist denn mit dem Base-Angriff? Ist das Spiel nicht ursprünglich mal so ein, ich baue eine Basis und verteidige die Basis gewesen? Wo ist das hin? GK ist nebensächlich. Das Kämpfe oder wie der Scheiß heißt. Ist okay, aber gibt es noch eine Herausforderung heutzutage, Basen auf drei Flammen zu holen? Wo? Gebt uns Möglichkeiten, eine Basis auch zu verteidigen. Es ist überhaupt nicht mehr, wer hat die beste Base-Dev und wie knacke ich die Base-Dev, sondern es ist, ach, ich hab sechs Helden. Ich setz die hin. Zack, Basis kaputt. Die Gebäude brauchen mehr Leben. Die brauchen neue Gebäude. Wir brauchen Gebäude, die was machen. Warum haben wir Truppen? Das ist ein Spiel, das ich in Richtung, ich brauche Truppen, um eine Basis kaputt zu machen, bewegen sollte erstmal. Schätze ich jetzt zumindest mal. Und dann haben wir hier Türme, die haben 260k Leben oder so. Gucken aber auf die Truppen drauf und sehen, oh, hm, komisch. Der Wächter hat ja 120 Angriff. Warum macht der bloß nichts? Wofür sind die da? Was habt ihr euch gedacht? Da zwölf verschiedene Truppen, zwölf in Scheiß-Spiel reinzuhauen, die am Ende zu nichts zu gebrauchen sind, außer um Procs von Helden wegzutriggern. Lasst sie gleich weg oder macht sie stärker. Wo ist der Sinn? Ich verstehe es nicht. Also auch hier unbalanced, sinnlos und wir haben das Spiel früher gehabt, wir haben das Spiel jetzt und die Sachen von früher werden nicht angepasst, sondern bleiben wie sie sind. Das Spiel verändert sich aber immer weiter in Richtung, die Helden werden immer höher statmäßig und das, was früher mal balanced war, war es nie. Ist einfach kaputt. Funktioniert nicht mehr. So, schön und gut. Für mich ist der Baseangriff jetzt wirklich nicht wichtig. Ich finde, das ist eh der schlechteste Aspekt an so einem Spiel. Zum Glück ist der so klein gehalten, finde ich. Gibt aber andere, die es stört und ich verstehe warum. Man könnte es ganz einfach beheben. Ich bin Arena-Spieler und da haben wir ein neues Problem. Warum brauche ich vielleicht mal zwei Minuten, um jemanden zu legen und dann brauche ich aber auch zweieinhalb Minuten, um seinen Kristall kaputt zu machen und am Ende verliere ich, weil ich getimoutet werde, obwohl ich sein gesamtes Team gekillt habe? Sinn, wo, warum, weshalb? Es kann doch nicht wahr sein. Wenn ich das gesamte gegnerische Team kille, dann hat das Team auch, also da habe ich doch zu gewinnen. Das ist doch total wild. Totaler Bullshit. Leute, die viel mehr Macht haben, haben einen unwahrscheinlichen Vorteil, weil die einfach einen unsterblichen Kristall haben teilweise. Man muss die Gegner innerhalb von 30, 40 Sekunden killen. Wenn man länger braucht, wird man am Kristall getimoutet. Super. Die armen 700k, wenn du 700k hast oder so, ein brutales Arena-Team, kann der Gegner theoretisch mit einem Axtür rankommen und macht dir mit 5 Procs dein Kristall kaputt. Das ist total crazy. Der Kristall ist ein Scheißaspekt. Gut, ist natürlich wichtig, wenn man irgendwie sagt, ja, ich möchte nur auf einer Lane durch und die anderen bleiben stehen. Dafür ist es gut und das befürworte ich auch. Aber ich finde, man könnte sagen, wenn das gegnerische Team ausgelöscht ist, hat man gewonnen. Und das war es dann. Und nicht, man muss noch den Kristall runterprügeln, zweieinhalb Minuten, nachdem man in 30 Sekunden das gegnerische Team gekillt hat. Wo ist der Sinn? Ah, nochmal kurz nebenbei. Wenn ich den Kristall dann nach zweieinhalb Minuten weggeprügelt habe, kriege ich dafür 700 Rumpunkte oder so. Let's go. Alles klar, weiter geht's. Kleinen Kritikpunkt, der jetzt nicht super wichtig ist. Aber wenn man sich hier die Upgrade-Zeiten anschaut. Bei der Goldmine ist es noch halbwegs human, aber auch schon Vogelwild. Aber so ein Turm auf hier Level 20 zu ziehen oder so, hat damals, was hat das gedauert? Zwei Monate oder so? Was? Was? Zwei Monate? Wer hat denn da gesoffen? Also, mir total unverständlich. Vogelwilder Upgrade-Zeiten. Viel zu lang. Geisteskrank. Oder hier, Rathos auf Level 30. 50 Tage. Ha! Lick nicht. Alles klar. Kommen wir zu einem weiteren Problem. Free-to-Play-Spieler sind Opfer. Und zwar Opfer vom Spiel. Sagen wir, du bist Free-to-Play super geduldig, hast Glück und hast 5 Düners. Zack. Devo-Düner und fäustig auf deinen Relikt. Oh, Moment. Ohne zu cachen kann man keine Dünne-Überreste bekommen. Wie kann es denn sein, dass eine essentielle Ressource im Spiel nicht verfügbar ist? Wenn man die Free-to-Play sperr bekommt. Das ist ja okay, weil man, das ist ja total in Ordnung. Aber ich finde an dem Punkt, wo ein Spiel sagt, ja, ihr kriegt das und das nur, wenn ihr cached und anders geht es wirklich gar nicht. Ist vorbei. Das können die nicht ernst meinen. Dünne-Überreste gehen nicht auf den deutschen Android. Die kriegt man nicht Free-to-Play. Bis jetzt gab es keine Möglichkeit. Und das ist einfach unglaublich. Wenn man keine Tap-Choice macht, die ja meinetwegen Free-to-Play sein können. Manche sagen, es ist nicht Free-to-Play. Kann man keine Dünne-Überreste haben. Bullshit. Bullshit. Weiter im Text. Jetzt kommen wir langsam da an, wo vielleicht der ein oder andere Spieler sich angegriffen fühlt. Tut's nicht, das ist nämlich lächerlich. Also, La Casa. Unsere allseits geliebten Freunde von La Casa. Ist schön und gut. La Casa ist mit Abstand die beste Gilde auf dem Server. Klar keine Debatte. La Casa ist auch absolut unmatchbar. Irgendwie annähernd in irgendwelchen Modi, wo es Aktivität erfordert. Die sind unschlagbar. Und da muss man halt leider sagen, dass das Spiel nichts falsch gemacht hat. Sondern die Spieler den Server kaputt machen. Narsia ist auf unserem Server nicht spielbar. La Casa ist so übermächtig, dass keine andere Gilde was tun kann. Egal wie stark man ist. Und ich beschwere mich dabei natürlich nicht bei Casa. Um Gottes Willen. Das ist das Spiel. Die sind sackstark. Die sind aktiv. Und die haben sich das verdient. Die haben sich das erspielt. Gute Gilde. Ich beschwere mich bei den starken Spielern, die anstatt einen Widerstand zu bilden und irgendwie mitzuspielen und irgendwas spannend zu machen, wie die Pussys zu Casa rennen und in die Bude einrennen. Einer nach dem anderen. Und die gehen zu Casa und zu Casa und zu Casa, weil da gewinnt man. Und das ist richtig. Casa ist gleich Gewinn. Aber es macht doch keinen Spaß, wenn man immer einfach, das ist ja, ich bin selber Fußball-Bayern-Fan. Ich bin Bayern-München-Fan. Seit ich klein bin. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Joe Bosser. Der hat das mit aufgebaut und der ist nicht bei Casa, seit das Ding erfolgreich ist und quasi kein Erfolgsmember. Es gibt aber so viele Erfolgsmember, die nur zu Casa gehen, weil man da halt gewinnt. Das finde ich wack und das nervt mich. Und da appelliere ich einfach an alle Spieler. Lasst Casa Casa sein und bildet einen Widerstand und hört auf, da wie die Schafe hinzurennen. Ganz, ganz verrückt. Casa ist mit Abstand die beste Gilde auf dem Server. Und uns macht es keinen Spaß, weil wir dominiert werden. Und denen kann es irgendwann auch keinen Spaß mehr machen, weil sie immer dominieren. Wir brauchen mehr Gleichgewicht und wir brauchen weniger Leute, die Casa die Bude einrennen. Danke an alle Leute, die da charakterlich stark genug sind, um was dagegen zu tun. Wir haben teilweise einfach bessere PvP-Spieler und können die aber nicht schlagen, weil die so dermaßen aktiver sind. Keine Chance. Es ist krass. Respekt an die. Das haben sie sich selber erarbeitet. Aber ich finde es halt schade, weil der Modus ist sehr, sehr geil. CC hat damit nichts falsch gemacht. Aber die Spieler, in dem Fall Casa und Metal, machen den Modus kaputt. Wobei ich natürlich sagen muss, wenn ich hier auf der Siegerseite wäre, würde ich damit auch nicht aufhören. Ich verstehe die komplett. Es ist halt schade und man kann nichts dagegen tun. Irgendwann bricht Casa zusammen. Dann ist wieder Nase ausgeglichen, bis dann die nächste Gilde kommt und alles übernimmt. Es wird immer so sein. Leider. Aber was will man groß tun? Das ist einfach von den Spielern gemacht. Ein selbst geschaffenes Problem, wo man auch keine Lösung für finden kann. Halb so willst. Das werfe ich IGG nicht vor. Das ist einfach schade und das ist was, was mich auf dem Server nervt. Kann man nichts tun. Machen wir weiter mit einem Problem, das von IGG wieder geschaffen wurde. Und da werde ich jetzt richtig sauer. Achtung. Serverungleichheit? Was? Warum? Mit welcher Berechtigung, mit welchem Grund hat ein Android-Account, der auf dem Ami-Server startet, die achtfachen Ressourcen von einem Deutschen? Ist es spielunterschiedlich? Sind die Amis besser? Was ist denn falsch mit IGG? Wieso trennen sie die Server? Warum sind die dummen Angebote so kacke? Was soll das? Wenn man dasselbe Geld auf dem Englischen und auf dem Deutschen Android reinballert, jetzt mal nur auf Android bezogen, kriegt man auf dem Englischen das Vierfache. Das Vierfache. Mein Account hier könnt ihr auf dem Englischen mit einem Viertel des Geldes locker genauso hochziehen. Wahrscheinlich eher weniger. Wie lächerlich ist das? Auf einer Skala von 1 bis 10, 11. Also, was soll man dazu sagen? Warum? Warum, 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 warum? Ich verstehe es nicht. Und IGG wird auch keine Begründung dafür nennen können, weil es keine gibt. Das ist einfach dumm. Und anstatt, dass sie es anpassen und sagen, Jo, okay, ab jetzt ist gleich, ihr habt halt einfach bis jetzt die Arschkarte gezogen, bleibt sie ja auch noch so. Das interessiert die ja nicht mal. Die Deutschen sind ja doof genug und cashen trotzdem. Warum sollten wir die Angebote verbessern? Ach, meine Fresse, das ist so nervig. Man könnte das gesamte Spiel, wenn man mehr für sein Geld kriegen würde, viel zugänglicher machen. Viel mehr Leute würden Free-to-Play spielen, weil sie ein bisschen mehr reisen können. Dadurch würde es auch mehr Leute geben, die kaufen. Die, die kaufen, kaufen nicht mehr ganz so viel vielleicht, aber man hätte wahrscheinlich das Zehnfache an der Playerbase und dadurch, dass viele Leute wenig kaufen würden, würde man wahrscheinlich dasselbe oder mehr an Gewinn machen. Viel mehr wahrscheinlich eher, als Stand jetzt. Ich weiß nicht, ob sie gewinnorientiert denken. Eigentlich schon, weil ansonsten kann ich mir das mit dem Basar nicht erklären. Wenn sie es aber tun würden und ein bisschen nachdenken würden, würde ihnen auffallen, oh, ah, ist ja total blöd eigentlich, was wir hier machen. Hm, komisch. Ich frage, ich weiß nicht. Wenn ich bei ITG arbeiten würde, wäre das Spiel besser. Keine Frage. Auf zum nächsten Problem. Ich habe noch ein paar. Team Showdown, jetzt mal so als Beispiel. Ich bin ja gerade auf Rang 2. Ich habe keine einzige Karte genutzt die Saison. Mookie hat noch nicht angegriffen und hat genauso viele Sterne wie ich. Warum? Weil sie Karten benutzt hat. Wieso kann ich in einem Modus, wo es eindeutig nur um Skill geht, trotzdem mal den Skill ausblenden? Klar, sie hat ein saustarkes Team, das ist überhaupt keine Frage. Aber wieso können wir, wenn wir beide alles gewinnen, nicht gleich ranken, sondern sie ist besser als ich, weil sie mehr Karten hat? Das ist doch Schwachsinn. Lasst doch diese dummen Karten raus. Das ist so dumm. Karten beim Verschollenen Schlachtfeld, hier bei diesem Team Showdown, die machen überall die Rankings kaputt. Die Spiele haben untereinander abgemacht, dass man keine Karten mehr benutzt, einfach weil es alles kaputt macht. Also im Verschollenen Schlachtfeld zumindest. Es ist total dumm. Es sollte nach Skill bewertet werden. Oder, naja, nicht mal nach Skill, eigentlich nach wie viel habe ich in CC reingesteckt und nicht nach wie viel habe ich in CC reingesteckt und wie viele Karten habe ich noch. Ach, weiß ja nicht. Das finde ich komisch. Ich finde die Karten grundsätzlich kacke. Sollte man einfach weglassen. Und da sind wir auch schon beim nächsten Problem. Wieso kann ich mit kosmetischen Items meine Basis verbessern? Ich zahle Gems, um Buchstaben zu kaufen. Diese Buchstaben machen meine Base besser, weil man auf Buchstaben nichts platzieren kann. Hä? Sogar die Base-Verteidigung ist Pay-to-Win in diesem Spiel. Wie kann das denn sein? Das sind Dekorationen. Die haben... Das ist total dumm. Wie kann ich eine gute Basis bauen? Ja, also erstmal brauchst du 20.000 Gems, die du in Buchstaben ballerst. Und dann, mein Bester, kannst du voll auf die Schnauze kriegen, weil Basis-Verteidigung immer noch unmöglich ist. Aber mit Buchstaben. Super. Warum? Buchstaben sollten nicht... Die sollten kein Platzhalter sein. Die sollten nichts machen. Die sollten gut aussehen und das war's. So Leute, ich gehe mir jetzt übrigens meine Aktivitäten-Truhe abholen. Zack, meinen Lohn in Form von 1500 hier, wie heißen sie, Prestige. Dann mache ich meine geilen Pakete auf. Gildentruhe 4 sogar. Bam. Geil. Prestige. Und zwar 10 Stück oder wow, 2 braune Bücher. Da haben wir es wieder mit den Belohnungen. Let's go. So, ich denke, ich habe jetzt sehr, sehr viele Missstände angesprochen. Wenn es hier ein IGG-Mitarbeiter sieht, dann bitte band mich nicht oder so. Ich liebe das Spiel über alles. Ich bin nur mit sehr vielen Sachen sehr unzufrieden und bin der Meinung, man kann als Community den Mund aufmachen. Wenn die Spieleentwickler auf uns hören würden, wäre dieses Spiel mit Abstand, also es ist mit Abstand das beste Spiel, aber das Spiel könnte so viel mehr sein. Die Community könnte so viel größer sein, wenn einfach mehr auf den Spielspaß und weniger auf, wie können wir denn heute das teuerste Paket irgendwie loswerden, Wert gelegt wird. So, allerletzter riesen, riesen, riesengroßer Kritikpunkt, an dem aber meine wundervollen IGG-Leute nichts ändern können. Wir haben auf diesem Server richtige Assis. Punkt. Viele Leute nehmen Ingame-Sticheleien und Provokationen, gildende Rivalität ernst, beleidigen sich in echt gegenseitig, machen da eine richtige Feindschaft draus und führen sich auf wie die letzten Vollspasten. Wir haben hier 50-jährige Leute auf dem Server, die Familienmütter sind und was weiß ich und dann führen die sich aber auf wie Zwölfjährige. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Warum kann man gegen solche Leute nichts machen? Ich weiß es nicht. Es ist grundsätzlich schlimm. Ich bin damit einfach ein bisschen überfordert. Ich ärgere hier und da mal jemanden und dann haben wir so einen Community-Discord, wo dann aber richtiger Hass kommt. Total, total unnötig. Ich weiß ja nicht. Grundsätzlich gibt es hier einige Leute, die keine Grenzen kennen. Ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber ich werde einen Chatverlauf einblenden oder zumindest einen Ausschnitt. Da sind einfach ein paar Sachen dabei, wo ich mich frage, zeige ich das jetzt an? Oder werde ich das einfach als behinderter CC-Spieler? Man muss natürlich dazu sagen, dass ich kein unbeschriebenes Blatt bin, aber ich provoziere nur hin und wieder mal und ich beleidige niemanden. Was ich mir schon an den Kopf werfen lassen habe, ist strafbar. Das geht nicht. Ich bin da total entspannt, weil das ist im Internet und das sind Vollidioten und das soll mir egal sein. Aber die Community ist unheimlich toxic und ich finde, jeder sollte mehr zusammenarbeiten und wir sollten uns gegenseitig sticheln und provozieren, aber dann auf menschlicher Ebene nicht so anzicken. Das ist ein Verhalten von Leuten grausam. Das Ganze wird viel zu sehr in Politik gezogen. Hier, den Screechert habe ich von vor drei Wochen. Guck mal, was denn einer Gilden-Member gesagt hat. Wehe, du sagst nochmal. Halt die Fresse! Halt deinen Maul! Unglaublich! So, das ist schlimm. Jede Gilde macht das. Jede Gilde schickt anderen Gilden-Screenshots. Hier, das und das. Hier, das und das. Da hast du das und das gemacht. Keinen Juckz. Keinen Juckz. Was soll die Scheiße? Alle zusammen das Spiel genießen. Alle zusammen spielen das Spiel. Man haut sich gegenseitig auf die Schnauze, aber man verträgt sich danach wieder. Und das ist so wild. Das ist total... Ich weiß ja nicht. Mich nervt das ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Jedem rutscht mal was Dummes raus, aber man muss auch die Sachen dann einfach wieder vergessen können. Und damit wende ich mich gerade explizit an die Community. An jeden Einzelnen, der dieses Video schaut und sich angesprochen fühlt. Ich selber fühle mich damit angesprochen, weil ich hin und wieder ziemlich toxic bin, aber ich beleidige niemanden. Ganz simples Ding. An diesem letzten Punkt können wir aber nur alle zusammen dran feilen. Wir können uns alle eine virtuelle Gruppenumarmung geben und alle sagen, wir sind alle cool miteinander. Wir provozieren uns in Nasia aufs Äußerste. Aber keiner beleidigt, sondern provoziert. Und dann stichelt man hier und dann passiert das da. Dann ärgert man sich mal. Aber am Ende des Tages haben sich alle irgendwo lieb. Klar gibt es immer die Idioten, aber ein Großteil der Leute muss doch vernünftig sein. Es kann nicht wahr sein, dass es immer so einen Krieg gibt, richtig. Das ist total schlimm. In einem Spiel. Dazu mal ein kleiner, sehr persönlicher Anhang. Der gute Gitgut von Firebreak hat einem unserer Leute, der 13 Jahre alt ist, den Account abgezogen. Da steckt Geld drin und das ist total frustrierend und ich finde das eine Schande. Offiziell ist er im Recht, weil es war mal sein 12-Account. Inoffiziell hat der Account ihn nie gejuckt und der 13-Jährige hat Geld reingesteckt und ist jetzt den Account los. Und bei sowas finde ich, müssen wir als Gilden und als Community zusammenhalten und solche Drecksäcke für immer aus allen Gilden rauswerfen. Der darf nie wieder eine Gilde finden eigentlich. Und da sind wir als Spieler für verantwortlich, dass wir da systematisch solche Leute aussortieren. Das kann IGG nicht für uns machen. Da müssen wir als Community zusammenhalten. Und daran appelliere ich, wir müssen als Community grundsätzlich besser zusammenarbeiten. Und wir müssen uns immer wieder in die Haare kriegen und gegenseitig aufregen und sticheln und was weiß ich. Aber am Ende des Tages kann es nicht sein, außer bei manchen Ausnahmen, dass man wirklich menschlich was gegeneinander hat und sich überhaupt nicht leiden kann. Das ist komisch. So, und damit möchte ich dieses Video dann auch beenden. Ich wette, ich habe zwei, drei Punkte vergessen. Ich schreibe mir ja nie Listen davor auf oder so. Ich arbeite immer rein intuitiv und haue einfach raus, was mir gerade auf dem Herzen liegt. Ich denke, in vielen Punkten werdet ihr mir zustimmen. Ich wünsche mir, dass dieses Spiel sich weiterentwickelt. Ich hoffe, dass IGG mal auf uns hört in manchen Punkten. Die wichtigsten Sachen wären Ein Modus, den man grinden kann und wo man weiterkommen kann. Ganz dringend bessere Belohnungen. Updates von manchen Modi. Manche Helden sollten einfach wieder überarbeitet werden, anstatt einfach so da zu liegen. Und wir als Community müssen besser zusammenhalten und mehr Spielrivalität und echtes Leben auseinanderhalten. In diesem Sinne hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Mir hat es Spaß gemacht, einfach mal alles rauszuhauen, was mir so einfällt. Ich würde mich super dafür interessieren, was ihr sonst noch als ganz schlimme Fehler und Missstände in dem Spiel seht. Wo ihr mir zustimmt, wo ihr mir nicht zustimmt und so weiter und so fort. Schreibt da alles in die Kommentare, was euch auf dem Herzen liegt. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis denne. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.